Willkommen bei Hanstar TV Luise. Das ist Quick. Wie ihr seht, ist der gerade davon gehüppelt ein bisschen. Wir folgen ihr jetzt nochmal ein kleines bisschen. Das soll ein kleines Update zu den Froschen sein. Und naja. Die sitzen halt gerne unter dieser Pflanze. Wenn ihr wollt, mache ich das ganze Ding jetzt noch einmal auf. Ich klebe mal die Kokosnuss hoch. Das ist Quark mit dem Strich. Ja, mit dem Strich, das war Quark. Quick, Quark und Quuck. So heißen meine drei Frosche. Da ist auch meistens noch einer drin in dieser Röhre. Ja, das sollte halt nur ein kleines Update sein. Ja, ich hoffe, das war ein gutes Update. Also, ich zeige jetzt nochmal eben mein Terrarium, mein Hydrometer und mein Thermometer. Ja, da können auf jeden Fall drin Frosche leben. Und tschüss. Das war nur ein kleines Update. Bye. Tschüss. Tschüss.